So, das schwarze Brett haben wir jetzt endlich frei. Da können wir halt uns Missionen holen. Ich hab gerade meinen Berserker einfach so verwendet. Scheiße. Bist du der Typ, der alles umlädt, wenn man das bitte sagt? Ja. Na ja, ich verstehe schon. Alter, ich werde hier wieder angewahrt. Ah, du schießt. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, was ist das für ein Riesel? Aber das warst du. Gut, dass sie bei mir immer so brennen und dann noch ähnlich dahin verrecken. Genau, und dann kann ich hinrennen, sie abmurksen, wo muss ich überhaupt hin? Warte, wir haben jetzt zwei Missionen, wir gehen aber erstmal wieder zu dem Typ hier vorn und dann machen wir die andere. Okay. Warte mal, guck mal, kann ich, ne, kann ich nicht. Da oben ist ja. Aber ich hasse meine Waffen dafür, dass die Muni so schnell alle geht. Ich hasse deine Waffen auch dafür. Danke. Wenn es dich glücklich macht. Danke, danke. Böde, blöde. Du bist kein Skag, oder? Nein, dein Glück geschieht in den Skag. Meistens jedenfalls. So, jetzt haben wir insgesamt schon mal drei Missionen. Dann kann man nämlich nebenbei immer ein bisschen auf dem Weg was erledigen. Cool. Skagdrasse. So, und zwar siehst du, unten ist ja das Karo, das ist unsere Hauptaufgabe. Ah, okay. Und da ist irgendwo so ein Ausrufezeichen, das sind unsere Nebenaufgaben jetzt. Ah, okay. Interessant. Also Karo ist immer Haupt und Ausrufezeichen, so für zwischendurch. Genau. Nice. Falls wir ein bisschen leveln wollen. Oh, hier ist ein Klo, hier ist ein Klo. Warte mal. Ja. Und da sind Sachen, oh, Geld. Munition und auch mehr Geld. Was man nicht so als ob so ein verwisselten Klo finden kann. So, ich will einmal auf die Karte gucken. Da ist die Hauptmission. Wie weit ist denn die Nebenmissionen jetzt gerade weg? Ich möchte auch mal gucken. Ich mach mal Lockheed mit. Ich fäng die Nebenmissionen gar nicht. Ich auch nicht, wo sind das Ausrufezeichen? Das ist hier, ach so, man kann auch auf, ah warte, ich schau mal eben, ach so, wir sollten die Nebenmissionen noch nicht machen, die sind für unser Level noch nicht geeignet, die sind noch auf hart, wir machen erstmal das Catch-a-Ride. Gut. Alles klar. Bevor wir, bevor wir daran verrecken. Ja, dann folge ich dir mal mit leisen, äh, Schritten. Ja. Aber erstmal muss ich hier noch was töten. Tu das. Ja, ich bin der für sieben. Schlecht. Vergiss nicht, bei jedem Level kriegst du wieder Skillpunkte, die du halt nimmst. Ja, und das werde ich jetzt auch machen, weil ich würde, ähm, mir mein Schild jetzt gar nicht erstmal anlegen, das so gute Schild, was ich mir jetzt die ganze Zeit nicht nutzen durfte. Ach so. So. Wollen wir kurz gucken. Okay, alles ist weg. Du, ich sammel meine Denz hat auch einen. Wo ist denn jetzt das? Ach da. Da unten ist die Arena, da will ich nicht rein. Das ist nämlich dumm. Also es ist wirklich dumm. Wir können halt da rein, uns gegenseitig bekämpfen, aber, äh, so schaden und so bleiben dann einfach auch. Okay. Okay, toll. Also, man kann es halt zum Level nutzen, aber nur einer levelt halt, der andere hängt dann hinterher, weil er halt getötet wird. Das ist sehr voll dumm. Ey, wer schießt mich an? Jetzt weiß ich nicht, wo du hergelatscht bist, jetzt muss ich auf die Karte gucken. Ach, da unten bist du. Okay, ich gehe gerade außen durch, alles klar. So. Jetzt muss ich aber erst noch ganz schnell, ah, mein, dem ich einen Skillpunkt. So. Nein, ey, die werden die... Nein! Jetzt hat er den Berserk aktiviert, scheiße. Bist du auf L1 wieder? Ja, aus Versehen. Ja, der brüllt da so rum. Ach so, wegen dem Berserker-Modus? Ja, ist voll ulkig. Ähm, ich kümmere mich mal hier eben. Wie kann ich das denn? Kann ich... So, was sind wir jetzt überhaupt? Ich will nicht das machen, oder? So, mal kurz gucken. Nein, ich will das hier machen. Na. Kann ich das nicht irgendwie einstellen? Hm. Die gehen, glaube ich, in die richtige Richtung, ne? Ja, ich will noch nicht die Hauptmission machen. Die Hauptmission ist nämlich ab Level 10. Wir sind ja noch auf Level 7. Ich will die Bonus-Mission machen für Leib und Leben. Ah, okay. Ähm, ich frage mich nur, Ska getötet und TK Bahas Bein eingesammelt. Ich frage mich nur, wo man das machen kann. Das weiß ich nicht. Wegpunkt laden, Übergang noch nicht entdeckt, Medi-Station, Wegpunkt. Ich muss sagen, man kann auf deinem Kopf wirklich sehr gut balancieren. Ich gehe mal zu dem TK-Baha hin. Ich will den mal genau jetzt fangen, wo ich hin muss irgendwie. Okay. Ich weiß nicht, wie ich die Hauptmission gerade gegen eine Nebenmission eintauschen kann. So, dass halt die gerade angezeigt wird, damit es nicht so ein Durcheinander gibt. Wäre eigentlich sinnvoller, wenn man einfach alles angezeigt kriegt, dass man weiß, okay, jetzt gehe ich da hin, da und da hin. So, und zwar möchte ich die. Du machst das schon. Du kennst dich jetzt überhaupt scheiß gut aus. Nö. Der wird mir hier angezeigt, aber wo ist der hier? Ich habe keine Ahnung. Ich muss noch mal auf die Map gucken. Tu das. Tu, was du tun musst. Los, führe mich. Hä, ist das? Was genau suchst du denn jetzt überhaupt? Geh mal halt Select. Ja. Und dann ins Menü. Da ist so eine Diskette, so eine Kassette, ne? Ja. Da haben wir ganz oben Bonehead, der Dieb ist unsere Hauptaufgabe. Ja. Da drunter haben wir zwei Nebenaufgaben. Der Wind, Seed und für Leib und Leben. Und ich will Leib und Leben machen. Mission verfolgen. Echt? Steht das bei dir? Ja. Wo? Ich konnte es einfach einstellen. Oh, dann musst du das machen. Okay. Gut zu wissen. Und ich wunderte mich, warum das nicht geht. Gut. Jetzt... Dann gucke ich mal eben auf die Map. Jetzt ist die Mission ja gesetzt, oder nicht? Jetzt müssen wir hinter uns. Okay. Warte mal kurz. Auf die Map. Die müssen wir lang. Gut. Ich folge dir. Ja, dann musst du das machen. Ich wunderte mich, warum ich das nicht einstellen kann. Das ist gut zu wissen, ne? Ja. Warte. Nochmal kurz zu gucken. Alles klar. Ein Bogen hier hoch. Ist das jetzt richtig? Jo, ist richtig. Und dann müssen wir rechts rum und dann sind wir schon da. Okay. Weil der hat von dem das Bein geklaut. Dann holen wir dem das mal wieder. Ja. Ach, haben wir da was dazu gelernt? Ja. Ja, wir da rein. Ach, hier in die Höhle rein? Ja. Also hier in dieses Gebiet, meine ich? Genau. Da müssen wir jetzt rein. Okay. Ah, ich sehe schon gerade Skek Gully. Da war auch die andere Bonus-Mission. Die können wir ja dann gleich auch noch direkt mitnehmen. Perfekt, ne? Ja. Skek Gully, Skek Gully. Skek Gully. Weil solange wir noch unterlevelt sind für die Hauptmission, äh... Ne, lieber nicht. Ja, das könnte böse enden. Ja, und bevor wir hundertmal eine Mission machen müssen, dann können wir lieber so ein paar Level-Dinger holen. Ja, klar. Wir werden noch genug zu machen kriegen. Oh, ja. Weil jetzt kriegen wir halt noch was dafür. Wenn wir die später machen, sind die Erfahrungspunkte weniger. Ja. Das lohnt sich immer so was am Anfang zu machen. So. Gut. Ich kaufe noch nichts ein. Boah. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Das ist, äh... Barschal... Achso, das sind so Nebenmissionen. Aha. Also, man kann halt so Datenschreiber einsammeln. Wenn man alle hat, dann kriegt man so, äh, Tonaufnahmen. Ah, okay. Auch mit so einem hässlichen Kreischen wie bei dem? Ja, also es wird halt nach und nach halt richtig dann. Guck mal kurz, wir müssen links rum. Ich folge dir einfach. Wenn wir da runtergehen. Du rennst vor und ich folge dir. Toll, jetzt habe ich so einen Druck. Guck mal kurz Peilung. Dass die Map immer rauszoomt, ne? Das ist ein bisschen nervig. Wir müssen hier links weiter. Okay. Ich folge dir. Ich lau voll vor dir so. Boah. Du Bastard. Oh. So. Ist er hier dabei schon? Alter, der hat mich angespuckt. Nö, wir müssen noch weiter. Ja, ich habe hier gerade einen Freund, der brennen will. Achso, da sind noch welche. Ja, alle sind noch krass. Oh. Ich muss halt die Idee. Das schweig war gewonnen. Ich muss so ewig nachdäumen. Ladyfinger gefällt dir, ne? Ja, das ist wohl cool. So schweig mir die Scheiß-Shop-Gum. Beide Shotguns sind schon cool, aber... Ja, das ist nicht so... Beim Spiel ist das nicht so ganz mal was. Ja, ist halt... Na ja. Dann machen wir die da eben noch kalt. Und dann müssen wir nämlich rechts rum von uns aus. Nichts gesehen. Oh, ja. Ich hatte gerade eine Waffe aufgehoben. Die wollte ich mal anschauen. Aber dann... ...schon gesehen, dass du hier angegriffen bist. Ja, ich bin ein Berserker! Nein! Warum? Was ist? Rette mich! Ah! Ah, ich bin schon mit mir. Danke. Okay. Ich wollte gerade tot prügeln. Och, nehm. Nehm es dir. Ich bin so leer geballert. Warte mal, da ist noch so ein Vetter. Wo? Da hinten. Ach, da. Wo du so hinballerst, like a boss. Wer sich nicht bewegen? Hm. Ne, der wollte erst mal kreischen und wegreißen. Jetzt kommt er. Geil, das hat Bock gemacht. Aber ich brauche unbedingt mehr MG-Muni. Guck mal in der Kacke, ob da was drin ist. Ja, manchmal. Aber es sieht doch schon gut aus. Wann mal kurz gucken. Okay. Möchtest du mein 71er-Schild haben? Äh, meiner hat auch 71. Achso, okay. Gehör der Level eines Gegners, desto gefährlicher ist er. Siehst du einen toten Schädel, macht die Klebe aus dem Schau. Kann man das hier runterperren? Kann man auch nicht. Weil das ist so eine Brücke. Wir müssen, ups, aber wir müssen da ja rein. Oder wir müssen einen riesigen Umweg machen. Das geht nämlich auch. Ich glaube, wir müssen einen Umweg gehen. Ja, wahrscheinlich ja. Und das ist dann wahrscheinlich der Rückweg. Ja. Also können wir dann getrost hier rum. Dann heile ich mich mal schnell. So. So ein kleines Medikip. Dann kann ich schon mal heimlich vorrennen. Yay. Wo bist du denn? Ach, da. Ich glaube, voll in die andere Richtung. Jetzt bin ich pissig. Boah. Oha. Krass. Alter, wie ich die einfach alle mit einem Schlag umbringe, ne? Ja, du bist halt der Berserker. Ich geh auf Berserker-Modus. Gib mir die Kacke. Das ist voll geil, ey. Wenn ich gerade meinen Schützturm aufgestellt habe, da war ich schon tot. Tja, wo ich hinschlage, gibt's keinen Stein auf dem anderen. Wow. Ich habe mir das Gebilde da hinten angeguckt gerade und drehe ich mich um, da warst du da. Okay. Da war irgendwie so ein Zeug. Aber kann die Kacke auch kaputt schießen, habe ich gerade gesehen. Echt? Ja. Sorry, das ist halt nur eine Kacke. Ich will sie. Schnauze. F*** du. Ich hasse diese Gifttypen. Boah, lad doch schneller nach. Oh, der ist so larmarschig. Mann. Ich lad zwar jetzt schneller nach, dafür schieße ich langsam, aber mir ist es lieber, das schneller nachzuladen. Ja, das ist schon teilweise sehr entscheidend hier. Okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Gut, wenn du das sagst, dann... Wir gehen jetzt eigentlich um, wenn wir daher gehen, wir können auch links rum jetzt gehen. Okay. Wir können auch beides ablaufen. Okay. Aber wir trennen uns lieber nicht in diese Schiene. Nee. Was ist das, wenn ich da sowas da unten sehe? Jetzt musst du wieder nachladen, Mann! Boah, direkt hinter dir war einer. Was? Ich gucke so zu dir und dann sehe ich, wie der dich gerade anspringen will. Ich habe ihn dann weggefallen. Danke. Bitte, bitte. Wie viel der einfach frisst, ne? Ja. Zu viel. Alter, der Spuckgift. Der Spucker hier. Nicht mehr lange. Nein, mein Schild ist da und... Mann, spring nicht mehr weg. Jetzt springt er nicht mehr weg. Ich habe immer das Gefühl, als wenn ich hier wild hin und her fuchte mit meinen Knarren. Aber es klappt. Ja, irgendwie schon. Boah, hier sind wir die Muni, die ich brauche. Das ist gut. Da vorne sind Tresore, mitten in der Lüste. Total logisch. Lootan Eleven. Zum Glück wird das aufgeteilt, das Geld, ey. Ja, weil das wäre sonst ein bisschen gemein. Oh, scheiße. Oh, yeah. Du siehst, was ich sehe, ne? Meinst du die da oben? Ja. Und die sind schon zum Teil tot. Alter. Schön. Schön, dass ich genau in dem Moment nachheran muss. Oh, es riecht mit Geld. Und ich habe irgendein Schild aufgehoben. Aua. Bist du das, oder? Was denn? Es hat so gewackelt. Ich dachte, du hättest mich so geboxt. Ja, als hätte mich was getroffen. Du warst ja weiter weg von mir. Okay. So, ich muss mal eben mein neues Schild anlegen. Ey, du hast so eine Datei gefunden. Ja, die dachte so. Alter. Führerisch. Was brauchst du, was hast du für ein Schild? 71, 13, oder? Ich habe jetzt mal einen 118er dran. Was? Warte mal, ich gucke mal, was ich sonst noch so habe. Ich habe noch einen 71er. Ja, ich habe jetzt einen 79er dran. Was habe ich denn hier überhaupt? Ach so, das ist das Granatenset. Ich wollte schon sagen, was habe ich da. Ich fahre gleich mal kurz meine Shotgun. Ja, das sind die Dinger. Ja, scheiß drauf. Schulz drauf. So, ich folge die Weiter. Ja, warte, ich gucke mal eben, wo? Guck mal gerade hin. Okay, wir müssen jetzt in die Richtung. Ja, wir müssen hier, längst. Ja. Wir können da lang. Ist hier noch was versteckt? Das sieht so verdächtig aus. Ja, ne? Weil man hier so hoch kann. Nö. Uah. Ist einfach uah. Mann, lad doch nicht bei einem Entscheidungsmoment nach. Ist ja echt unfassbar. Oh, hinklauens. Siehste, wenn man mal nicht aufpasst, wird man direkt von hinten anwählen. Mhm. Schieß, Mann, Mann. Töte sie geschützt, Töte sie. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will mich nicht dreckig machen. So, kommen wir erstmal wieder. Ich folge dir weiterhin ein, ne? Ja. Ich denke. Hier sind wir auch richtig. Okay. Huh. Oh, oh, was ist das denn hier? Ah, Ska. Alter, was für ein großer. Und der hat volle Schwerte. Ach, das ist, äh, Ska ist der Typ hier, den wir killen müssen. Okay. Ich, äh, dir, dir, das mal eben. Er hat noch nicht mal mein Schild da ungekriegt. Er hat sich vergiftet. Nice. Level up. Up. Nächstes Level. Was gut ist, in dem Gebiet können wir hier gleich noch ein bisschen looten, wenn wir alle besiegt haben. Voll geil. Alter, hab ich den kaputt geboxt? Das war voll geil. So, guter Geschütz, Tom. Ich hab ja ne Pistole gefunden. Sehr gut. So, hier, die Kiste hab ich vorhin schon gesehen. Die möchte doch ganz gerne auflachen. Hier sind noch zwei Sachen, die ich nicht mitnehmen kann. Vielleicht kannst du sie mitnehmen. Ja, hier ist ne Shotgun für dich. Ich lass dir die hier in die Kiste. Ah, super. Weil, äh, dein Charakter mit Shotguns am besten ist. Das kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Dann werde ich die mal gleich auschecken, ey. Ja, ich check mal auch aus. Ich hab irgendwas anderes aufgehoben, aber es ist auch nur so ne Rotz-Pistole. Naja, hab ich was zu verkaufen. Was für ne Shotgun hab ich denn jetzt überhaupt mitgenommen? Ich glaub, die Bastet, oder? Ne, das war mein Anfangs-Shotgun. Präzisionsgewehr. Nachleitergeschwindigkeit, minus 13 Schaden, Feuerrad. Irgendwie, da tut sich nicht viel. Ist halt auch nur weiß geschrieben, oder? Ähm, wir müssen ja gleich die Mission abliefern, aber wir haben hier noch ne Mission, die wir machen können. Die kannst du gleich schon mal einschalten, solange wir noch hier drin sind. Ach, hast du schon hier runtergelassen, okay. Ach so, hab ich nicht. Ach so, dann ist das automatisch, cool. Ja, wahrscheinlich, als wir den Boss besiegt haben. Ja, ich muss noch mal die andere Mission ein. Ich steigere die Dauer des Berserkers. Das gilt. Ja, ich hab meine maximale Gesundheit erhöht. Ich bin jetzt auf 235. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Bei Scully Gully, ne? Genau, bei Scully. Und da müssen wir jetzt noch die andere Mission machen. Ich nehme mal die Level 7, ne? Weil die nächste wäre Level 9. Haben wir die Level 7 nicht gerade gemacht? Die ist jetzt, ähm... Weil die Level 7... Ach so, wir haben hier noch zwei. Ah, ich sehe schon. Deswegen, ich nehme jetzt die hier. Weil die Level 9er... Wir sind jetzt gerade mal Level 8, also wir müssen ja nicht übertragen. Ja, dann machen wir die Level 9er nach der hier. Genau. Mal kurz gucken. Wo müssen wir denn drehen? Ah, genau, nach da unten. Okay. Einmal umdrehen und... Vorwärts Marsch! Mein Name ist Heavy. Das ist meine Waffe. So, hier hoch wahrscheinlich, ne? Mhm. Manche sagen, sie könnten mich überlisten. Schon möglich, aber können sie meine Muskeln überlisten? Oh, sie sind tot. Nein, noch nicht alle. Oh, okay. Ich laufe gerade verpeilt hier rum, während du alles killst. Ja, mein Schütturm, der tut ja auch sein übriges. Sorry, jetzt ist er weggeleitet. Cool. Äh, ja. Jetzt habe ich den Vater verloren, aber egal. Ah, jetzt müssen wir hier geradeaus durch. Da müssen wir uns rechts, immer rechts halten. Okay. Rechts? Ja. Weil wir müssen über die Brücke. Gut. Wo wir gerade drunter her gelatscht sind. Gelatscht. Da, ey. Wo bist du? Ach, da. Das ist ein echt großer Weg, den wir hier machen müssen. Ja. In den Arsch geschossen, ne? Ja. Ja. Und jetzt verreckt du mich so. Das bringt mich alle totgewoxt wie geil. Boah. Ey, ich hasse das ja auch von hinten angekriegt zu werden. Was soll das hier? Feige Taktik. Aber ehrlich. Wie ich die an der Turnboxe? Kommt da einer über mich hinweggesprungen, ey? Ist das geil. Mal, jetzt von rechts. Ja. Fresse, Mongo. Boah, ist das schon? Hinter uns sind noch welche. Achso. Ja, noch. Da kommt noch einer. So. So. Noch. So. Das hätten wir erfolgreich gecreate. Ja, da sprich ich über die Skelettierten über dieses Tieres. Oh, was haben wir denn hier? Keine Kugel mehr! Ich aber! Lade doch! Lass die mal ruhig ein bisschen näher kommen. Ja. Oh. Tja. Wow, das war ja... Da ist noch einer. Der gehört dir, Junge. Wo ist er? Ah, nee, der fliegt wieder weg. Für mich saß für einen kurzen Moment aus, dass er es zu den aus der Luft gespielt hat. Meinst du so? Komm schon, Fiecheri. Ha! Du riechst so gar nicht. Oh, jetzt hat er sich aufgerüstet. Wo müssen wir lang? Wir müssen hier rechts rum. Da müssen wir hier rüber. Oh, rechts von dir. Pass auf. Ja, habe ich gerade gesehen. Böser. Geil. Nur der eine. Ach, hier über die Brücke? Genau. Hier über die Brücke müssen wir. Okay, also, aus.